So, liebe Darts, kennen wir zur Sport-Fangemeinde. Ich habe mir jetzt einen der Veranstalter geholt, ich glaube, den Hauptorganisator des Turniers. Wie ist das entstanden? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, wir haben uns im Sommer zusammengesetzt und gesagt, wir wollen ein Dart-Turnier machen, was sehr attraktiv ist. Es hat viele Turniere in der Gegend gegeben. Immer wieder Beschwerden, schlechtere Spieler wollen nicht gegen bessere spielen oder kommen nicht. Jetzt war die Idee, okay, wir machen einen Tag ein starkes Turnier, wo wir probieren, die besten Darts-Spieler Österreichs herzuholen, was uns auch heute gelungen ist. Natürlich eine Riesenfreude, wenn der Rodriguez noch vor ein paar Tagen im Elibelli gespielt hat, jetzt bei uns in Lenzing oder aus Kroatien Boris Kritschmer, aus Deutschland ein Robert Marjanovic. Wir sind sehr zufrieden. Morgen geht es dann weiter mit den etwas schlechteren Spielern, natürlich auch Super-Spieler, da sind Bundesliga und A-Liga gesperrt. Hoffentlich kommen morgen auch ein paar Spieler, so wie heute. Super Atmosphäre, tolle Stimmung, also wir sind zufrieden. Perfekt, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, wie ihr zufrieden seid. Ich glaube, es läuft alles gut. Ihr habt richtig viele Teilnehmer. Wie viele Teilnehmer habt ihr jetzt so circa? Es sind heute jetzt ungefähr 120. Dasselbe werden hoffentlich morgen auch werden. Wir haben es nicht einschätzen können, wie viele Leute kommen, was für starke Leute kommen. Den einen oder anderen hat man sich vielleicht noch gewünscht, wie ein Mensur, der aber Gott sei Dank noch am Montag im Elibelli vertreten ist und dem holt man natürlich auch jetzt die Daumen. Der darf ja am Montag richtig Gas geben da drüben. Ihr habt ja richtig Preisgeld, also der erste Platz ist ja mit 1200 Euro dotiert. Wie kommt das zusammen? Das ist ja nicht von irgendwo. Genau, das war eine lange Arbeit. Wir haben uns schon im Sommer mit ein paar Sponsoren in Verbindung gesetzt wegen dem Turnier. Wir sind dann sehr froh. Also der K-Bauer, Wien, Wien, der Dalvis Melkitsch mit C&W, Schorobockertreffen in Wales. Ich hoffe, ich vergesse natürlich unser Wirt der Touré vom Scharkhaus Pizzeria, die besten Pizzerien in Lenzing. Also es sind einige, die gesagt haben, okay, sie helfen uns, sie unterstützen uns dabei, vielleicht wirklich ein großes Startturnier in Österreich zu organisieren. Und ohne diese Hilfe wäre es nicht möglich gewesen. Und die Halle ist ja wirklich einzigartig. Also es ist ein riesiger Parkplatz, ein großer Saal und man darf hier draußen bei der Bar rauchen. Ich glaube, das ist auch für viele ein Thema. Und jetzt ist meine Frage, wird das Turnier nächstes Jahr auch wieder stattfinden? Also erstens einmal sage ich auch an die Gemeinde Lenzing einen Riesendank, die uns das Kulturzentrum, das herrliche, super Event der Location zur Verfügung gestellt haben. Wir haben eine super Unterstützung bekommen, auch an den Hausmeister noch einmal eine Danke, der uns gestern am Abend noch unterstützt hat, was natürlich am 25. Dezember auch nicht gerade einfach ist. Es ist das Premierenjahr von dem Turnier. Wir werden uns im Sommer wieder zusammensetzen und werden für nächstes Jahr ein noch größeres und noch stärkeres Turnier planen. Also es wird sich entwickeln, dieses Turnier. Es wird groß werden. Größer als es schon ist. Auf jeden Fall. Unser Plan ist es, eines der größten Turniere Österreichs, dass es dorthin gelingt. Also ich denke, ihr seid auf einem guten Weg. Du hast ja gesagt, ihr habt gestern schon aufgebaut. Ich glaube, ich habe es auf Facebook gesehen. Ihr habt schon ein paar Tage vorher aufgebaut. Wie lange dauert das? Ihr habt ja über 40 Automaten oder knapp 40 Automaten stehen. Wie lange dauert das, bis das alles steht, bis man sagen kann, ja, wir können morgen starten? Also die letzten zwei Monate habe ich nicht ruhig schlafen können. Es war eine Organisation unglaublich. Automaten, Essen, Getränke, also einfach nur alles Mögliche, was dazugehört. Da kann man sich gar nicht vorstellen, was alles dazugehört. Die letzten 10, 15 Tage waren sehr intensiv, natürlich auch noch neben der Arbeit. Also wir sind jetzt die letzten vier, fünf Tage über Weihnachten jeden Tag bis drei Uhr, vier Uhr im Kulturzentrum gewesen und haben brav gearbeitet. Ja, perfekt. Natürlich auch noch einmal Danke an meine Kollegen, den Talvis und den Dennis, auch an den Dury, an die Berner natürlich, die uns extrem unterstützt hat. Also alleine geht sowieso gar nichts. Und das war eine super Hilfe. Ja, perfekt. Also es ist super organisiert und man ist sofort bedient, wenn man irgendwas macht. Dann sage ich danke, wünsche euch noch viel Erfolg für heute und für morgen natürlich auch. Und ja, ich schätze, wir gehen jetzt auf die Bar, oder? Danke. Ich sage danke, dass du da warst. Freut mich sehr. Gerne. Und ich möchte auch für dich eine Werbung machen, eine sehr tolle Homepage. Dankeschön. Ich persönlich schaue natürlich, dass wir den Tartsport nach vorne bringen. Wir haben schon einen Tartsbericht von BTV aus gehabt in Atenang. Wir werden auch heute einen Beitrag über dieses Turnier machen, was dann im Programm von BTV ab Vöcklerbruck rennt ab Jänner. Und vielleicht schaffen wir es, den Tartsport wirklich hochzubringen. Ich schätze, wir sind auf einem guten Weg. Danke dir. Danke. Danke. Tschau.